Einen wunderschönen guten Tag, liebe Seele. Lass gerne deinen Like, Kommentar und auch dein Abo da. Ich freue mich, wenn wir gemeinsam wachsen und genau deswegen lege ich direkt los mit diesem Tagesorakel. So, liebe Seele. Ja, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann klick auf den ersten Link in der Beschreibung. Personal Coachings oder auch Ausbildungen zum Kartenlegen, Energiearbeiten und noch viel mehr. Die Frist endet bald. Deswegen würde ich mich natürlich freuen, wenn die eine oder andere Seele wie du noch dazustoßen und sich weiterbilden oder für sich was Gutes tun in Trauma-Aufarbeitung. Jetzt schauen wir aber rein, was der Tag für dich bereithält und wir haben die Gefühle schon mal da liegen. Lasst eure Gefühle zu, ihr sollt nichts verschütten in euch. Doch kämpft dagegen an, euch von negativen Gefühlen beherrschen zu lassen. Das ist also heute ein ganz klarer Hinweis für dich vom Universum, dass du in deine Natur gehen darfst, dass du natürlich auch schlechte Gefühle, wie wir alle sie haben, ab und zu mal hast, aber du darfst dich nicht von ihnen bestimmen lassen. Das ist so dieser bekannte Mangel, der immer wieder versucht, unser Leben so schlecht wie möglich es geht zu reden und die Fülle aus dem Leben somit zu ziehen. Das ist natürlich immer wieder schwer. Aber heute beginnt so etwas, was sich eine kommunikative Öffnung nennt. Das heißt, heute stehen wichtige Gespräche für dich an. Jobgespräche. Wir haben hier Gespräche für deine Ziele in Zukunft. Das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges. Und es kommen Klärungsgespräche, heilende Gespräche für dich auf. Alles arbeitet für deinen Fortschritt und für deine Verwurzelung. Auch das ist gut. Und du siehst eben diese Dualität in deinem Leben, dass du deinem Fokus der Negativität zu sehr zugewandt hast und den Fokus so ein bisschen mehr mal auch aufs Positive lenken darfst. Ja, auf deinen Fortschritt, was du schon erreicht hast, darauf, dass du stolz auf dich sein kannst, etc. pp. Da liegt heute sehr viel Mehrwert für dich und diese Gefühle sollen auch verarbeitet werden. Positiv wie auch negativ. Denn du sollst dich nicht blind von dem Positiven leiten lassen, aber eben auch nicht von den Negativen, sondern immer so die gewisse Mitte finden, dass du nicht überemotional handelst oder reagierst, weil das ist meist, meist die falsche Reaktion. An diesem besonderen Tag entscheide ich mich dafür, den wichtigsten Menschen in meinem Leben, mich zu verwöhnen und zu beschenken. Mit Aufmerksamkeit, mit Zeit, mit Stille oder Musik, mit Farben, mit Düften, mit allem, was sich gut anfühlt. Da haben wir das Fühlen auch wieder mit dabei. Also, nicht nur die Emotionen, sondern auch das Fühlen an sich. Was fühlt sich denn für dich gut an? Mit was kannst du dich denn verwöhnen? Da siehst du, es geht auch wieder um die Selbstbestätigung, dich mehr und besser kennenzulernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Effekt für dein Leben, weil es dich auch für neue Wege öffnen lässt. Es lässt den Kritiker erstummen und das ist sehr, sehr schön, weil du eben mit der Aufmerksamkeit, die du dir schenkst, diese Gefühle natürlich auch viel besser greifen kannst und dadurch eben auch diese Verwurzelung zu dir selbst kommt heute. Im Beruflichen bedeutet das, dass du fühlst, was ist gut und was fühlt sich für dich jetzt nicht mehr gut an. Wo sollte Veränderung einkehren? Gerade im Bereich auch von der Klärung. Fühlt sich diese Klärung für mich oder der Kompromiss, fühlt sich das für mich gut an oder eher nicht so gut? Gerade durch diese entscheidende Form, sich für dich heute zu entscheiden, gibt einen enormen Mehrwert für deine Entscheidungen im Leben heute auch. Und deswegen ist die Öffnung auch allomnipräsent und zeigt dir auch auf, dass selbst Dinge, die dir sehr, sehr unklar sind, die dir vielleicht teilweise sogar ein bisschen Angst gemacht hatten in der Vergangenheit, wenn es da um Entscheidungen ging, die werden heute umgesetzt. Ja, da bist du heute offen und bereit, Veränderungen herbeizuführen. Ja, da kommt die Energie dazu. Die Energie Gottes ist unbegrenzt. Ihr alle könnt sie für eure und für die Gesundheit eures Planeten nutzen. Hier kommt die Energie hinzu, die Energie Gottes, die Energie der Allmacht. Ja, es geht tatsächlich um die der kollektiven Energie. Ja, weil wir alle spinnen ein Netz von positiv wie negativen Energien. Deswegen haben wir die Dualität in den Gefühlen auch stark liegen heute. Aber wir haben noch nicht wirklich verstanden, wie diese Energie magisch genutzt werden kann. Du bekommst heute aber so einen Hinweis, dass deine Energie sehr viele Menschen heilen kann. Deswegen liegt hier auch die Gesundheit mit dabei. Aber nicht nur heilen in der Gesundheit, sondern heilen in der mentalen Stärke. Und das ist heute ein ganz, ganz wichtiger Punkt für dich. Mentale Stärke wieder kennenlernen für dich. Mentale Stärke für dich auch wieder ganz klar in den Fokus stellen, dass du dir nicht mehr so viele Gedanken machen musst über die Arbeit, nicht mehr so viele Gedanken machen musst über das Geld oder eben auch über Freundeskonstellationen, Familienkonstellationen, weil es in irgendeiner Art und Weise Streit geben könnte. Heute bist du im Flow, im Vertrauen und vor allem im heilerischen Geben. Und das ist Gold wert. Heute, nur heute, wertschätze ich mich selbst auch noch sehr gut. Ich lobe mich für alles, was ich getan habe und tue. Denn ich erkenne, dass ich in jedem Moment mein Möglichstes gebe. Heute erfreue ich mich an meinen eigenen Wert und erkenne mich als einzigartig und wunderbar an. So, jetzt denkst du dir aber, warum nur heute? Das ist doch Selbstliebe. Es geht um die Erkenntnis. Es geht um die Wahrhaftigkeit, die dahinter steht. Die Loyalität, die du dir selbst schenken kannst. Dich zu loben für deine Taten bedeutet nämlich auch, deine Gefühle zu achten. Und zeitgleich wirst du merken, okay, du bist ja auf einmal aufmerksam zu dir und spinnst dieses Netz der Heilung. Warum? Weil du sehr viel getan hast. Und wahrscheinlich in der Zukunft noch viel, viel mehr tun wirst, was heilen kann. Deswegen musst du hier den Schritt für dich vorausgehen. Verzeihen. Die Kraft des Verzeihens erschaffen Freiraum in euch. Hier kriegst du nochmal den ganz klaren Hinweis, dass die Klärung in Gesprächen, sei es jetzt Familie oder Freunde, wo eben noch Diskussionen herrschen, Differenzen herrschen, die gehen in die Heilung, weil man sich gegenseitig verzeiht. Es geht hier um die Kompromissbereitschaft. Es geht auch darum, dass man den gegenseitigen Platz mal einnimmt. Dass man nicht nur aus dem Ego heraushandelt, sondern auch wirklich versucht, den anderen empathisch zu verstehen, um dann natürlich den ganz, ganz großen Familienwert wieder zu schaffen. Und Familienwert ist auch etwas, was du den Menschen, die du Freunde nennst, zusprechen kannst, weil das sind ja eben die Freunde oder die Familie, die du dir selbst aussuchst, wie man so schön sagt. Und da kommt eben das Verzeihen rein und somit auch die klare Energie der Klärung. Heute, nur an diesem Tag, helfe ich bewusst einem Menschen, der mir begegnet. Vielleicht halte ich ihm, diesem Menschen, die Tür auf, helfe ihm über die Straße oder lasse ihn an der Kasse vor. Nur für heute entscheide ich mich dafür, hilfreich zu sein. So, eine gute Tat am Tag, so gesehen. Es geht aber vor allem darum, dass du eben dieses Netz knüpfst, knüpfst, ja, diese Kollektiv-Energie schmückst mit deiner wundervollen Energie, dadurch Liebe in Umlauf bringst, guten Gewissens natürlich auch weißt, dass du heute nicht nur auf dich geschaut hast, was ja enorm wichtig ist für dich heute, sondern dass du auch ganz klar dein Umfeld nicht vergessen hast. Es geht jetzt nicht nur um die Tat, die du tust, sondern dass du spürst, dass es etwas, was dir auch wichtig ist, dem allgemeinen Wohl für alle dienen, aber dein eigenes Wohl nicht zu vergessen. Und deswegen, wenn du jemand bist, der sich immer für alle anderen aufopfert, komm ins Coaching zu mir. Ich und mein Team helfen dir auf jeden Fall weiter. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag.